Und jetzt muss ich mir mal wieder die Schulter von Madeleine leihen, weil jetzt drehe ich mich nämlich um. Und jetzt schauen Sie sich mal bitte ganz bewusst die Sohle an, was wir da zusätzlich noch gemacht haben. Auch das war ein Wunsch von Ihnen. Sie sehen diese dunkleren Stellen im Vorderbereich und dasselbe auch nochmal an der Ferse. Und das ist ein zusätzlicher, ganz rutschfester Einsatz. Und damit können Sie wirklich auch mal, wenn der Untergrund feucht ist oder ein bisschen glitschig ist, und da haben Sie einen richtig guten Stand, weil es ist nicht so unangenehm, wenn Sie so einen Hauch von einer glitschigen Ledersohle haben und dann rutschen Sie irgendwo aus. Also, wir haben eine super rutschfeste Sohle, wir haben einen federleichten Schuh, einen bildschönen Schuh. Das Fersenriemchen geht schön nach oben, das schlappt Ihnen nicht nach unten weg. Und wir haben die Bicolor-Variante in Rot mit Gold, in Mint. Machst du jetzt gerade ein bisschen Sauerei? Darf ich das mal zeigen? Das dachte ich mir, das ist vorletzter, drittletzter Auftritt, zeigen wir das mal. Ich mache jetzt hier eine Sauerei. Jawohl. Und das passiert ja oft mal, da regnet es oder was auch immer. Schauen Sie mal, rutschfest. Mit jeder anderen Sandalette würde ich jetzt auf dem Allerwertesten landen. Ganz genau. Und was das bedeutet, wissen wir alle, super rutschfest. Und schauen Sie mal, das liegt, aber schwarz sieht man es nicht so, das liegt an diesen zwei Zonen, die Sie haben. Und das ist ein Schuh, der einfach nicht nur zweckmäßig ist, sondern auch gut aussieht. Und das zu einem, jetzt stelle ich mein Wasser wieder weg, das zu einem besten Preis. Dann, das muss man ja auch mal sagen, butterweiches Leder. Nicht, dass Sie denken, das ist irgendein Plastikleder oder Kunstleder. Butterweiches Leder, verstellbar hier auf Ihre Weite, je nachdem, ob Sie sagen, ich brauche da ein bisschen weniger mehr oder mehr Platz, etc., etc. Schneidet nicht ein. Weißt du warum? Da haben wir auch diese Schlauchtechnik angewandt. Das heißt, wir haben keine harten Nähte, keine abgesteppten Nähte, sodass sich wirklich dieses feine, feine Ziegenleder ganz zart um Ihre empfindlichen Füße schmiegt. Und was Sie uns immer auch sagen, gerade am Anfang der Saison ist die Haut sehr, sehr empfindlich. Und wenn Sie dann beim ersten schönen warmen Tag mit Sandalen unterwegs sind, wo die Riemchen so richtig hart sind, dann kriegen Sie da als erstes gleich mal Blasen. Und wenn es dann warm wird und Sie schwitzen ein bisschen, dann rutscht es auch noch so hin und her und dann reibt es noch mehr. Dann hast du die Blase hochziehen. Wir haben Butter, Butter, Weiches Leder als Schlauchleder, Ziegenleder und dann dieses Bändchen auch in weichstem Schafleder. Das ist wirklich wie ein Stöffchen, das sich um Ihre Haut schmiegt. Super. Und wie gesagt, vorletzter Tag. Vorletzte Chance für diesen Preis heute. Denn morgen ist Marion noch zweimal da, zeigt Ihnen den Joker der Woche noch zweimal. Bloß Sie merken selber, es passiert viel, was die Begrenzungen betrifft. Und auch bei Dunkelblau jetzt zum Beispiel, ganz, ganz eng, auch zu Jeans sieht das super aus, weil es wirklich ein sattes, tiefes Dunkelblau ist. Sie laufen sowas von gedämpft auf diesem patentierten System. Wir haben ja auch noch Laufen auf Luft integriert. Das heißt also, Sie laufen auf einer Büffelledersohle, naturpur an Ihrer Haut. Und unter dieser Büffelledersohle ist dann auch noch unser patentiertes Luftkammern-System, meine Damen. Sie schweben auf über 300 Luftkammern und das ist so ein entspanntes Laufen dadurch. Sie merken bei jedem Schritt, das gibt nach, das präht nicht, das ist ein wirklich ein entspanntes Gehen. Und das während des ganzen Tages. Also das ist nicht ein Effekt, wenn Sie reinschnüpfen, dass Sie sagen, ah, jetzt ist es, aber den ganzen Tag spüren Sie es nicht mehr, sondern dieser Effekt bleibt Ihnen erhalten. Und dieses System können Sie auch nie plattrücken. Ich will Ihnen gerne mal diese Sohle zeigen. Wir müssen kurz zu extra schalten. Bei HSE24 extra, äh, nee, müssen wir noch nicht. Oh Mann, oh, feiert ja sieben Jahre Geburtstag. Und da wird so richtig gefeiert, logischerweise. Und der Walter, der feiert jetzt mit Ihnen. Bloß wir wissen noch nicht, mit was. Moment, 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 Moment. Walter, was machst du denn da? Moment, 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 der Käser ist da. Und wenn Gerda also mit uns Geburtstag feiert, dann aber richtig komplett hier, hier alles, alles, alles. Eine ganze Stunde, jetzt Joachim Käser, der Mann, der weiß, wovon er spricht. Und dann habe ich eine Stunde Haushalt, dann kommt noch mal eine Stunde Joachim Käser. Und was wir heute mit Joachim Käser bieten, grandios. Der Mann kennt sich mit dem Körper ja fantastisch aus. Und liebe Walter, du weißt, wir Allgäuer wissen, wovon wir sprechen. So isch es. Hanoi, hast recht, das passt. Dann sag ich jetzt, schalten Sie ein, es lohnt sich. Tschüss Walter, viel Vergnügen. Ja, bei HSE24 extra wird gefeiert, bei uns aber auch. Martin Hammert, ich glaube, wir haben keine Zeit mehr laufen, auf Luft zu zeigen. Nee, gell? Komm, dann halte ich es der Maio noch kurz her. Nicht, dass die Maio traurig ist, wenn sie die Sohle nicht mehr zeigen darf. Die meisten Leute kennen es eh schon. So isch es, wir sind nämlich gleich zurück dann. Das ist diese Büffelledersohle, auf der Sie stehen. Und wenn ich die umdrehe, dann haben Sie diese über 300 Luftkammern. So, jetzt aber Schluss, Mayan. Gut. Jetzt müssen wir zum Eco-Egg schauen. Wir schauen jetzt zum Eco-Egg. Das ist der Joker der Woche, morgen um 11 wieder? Um 11, 45 wieder, ganz genau. Jetzt kommt Eco-Egg und Angebot des Tages, bis gleich. Er ist der Star-Designer der großen Stars dieser Welt. Er hatte sie alle. Nicole Kidman, Liz Hurley, Charlene von Monaco, dann noch viele, viele weitere. Zum Beispiel Bill Clinton, Karl Lagerfeld. Aber er hat sein Herz für uns normale Frauen bewahrt. Denn er sagt, jede Frau ist schön. Er war 18 Jahre lang Chef-Visagist bei Estee Lauder. Er ist seit vielen Jahren jetzt bei Barbour, sehr erfolgreich. Und er ist vor allem unglaublich beliebt hier bei uns. Er ist einer der Star-Designer, der sein Herz am rechten Fleck hat. Und es ist eine unserer erfolgreichsten, luxuriösesten Kosmetiklinien überhaupt bei HSE24. Ich freue mich, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen zur letzten Peter-Schmedinger-Stunde. Wir müssen uns dann nämlich wieder einen ganzen Monat lang gedulden, bis er wieder da ist. Und wir haben viele tolle Überraschungen und Highlights für Sie in diese Stunde gepackt. Denn gut aussehen und zwar natürlich geschminkt aussehen, das hat Peter Schmedinger wie kein anderer für Sie erfunden, möchte ich sagen. Und wir zeigen Ihnen heute, wie einfach es geht. Peter, ich freue mich so sehr auf diese letzte Stunde heute Abend. Ich freue mich, dass wir die gemeinsam begehen. Hallo. Hallihallo. Und natürlich auch ein ganz herzliches Willkommen nochmal an diesem Freitagabend, 21 Uhr, eine ganze Stunde. Und ich freue mich riesig, dass Sie mit dabei sind und hoffentlich auch mit dabei bleiben. Ich bin mir sicher, dass Sie alle etwas entdecken werden, wo Sie sagen, das habe ich mir immer schon gewünscht. Es geht vor allem auch um die Einfachheit. Die Einfachheit der Anwendung, die Unkompliziertheit, Peter. Wir dürfen in der Vorschau auf ein Puder schauen, das ich persönlich zu einem meiner absoluten Lieblinge erkoren habe. Dank wertvoller Mineralien und Vitamine pflegt es die Haut. Es ist ein dreifarbiges Puder, das Sie entweder zu einem Gesamt mischen können, übrigens doppelt gebacken. Das heißt also, die Farben vermischen sich niemals. Und Sie können es auch zum Konturieren des Gesichtes verwenden. Und Peter, da bist du einer der größten in der Branche. Du hast quasi das Konturieren des Gesichtes neu erfunden. Das ist richtig. Mir ist immer so wichtig, dass jede Frau individuell gut aussieht. Und Sie sehen diese 3D-Fokus-Pigmente. Das bedeutet, Sie müssen gar nichts groß wissen. Der Pinsel geht in die Dose, dreht sich einmal rum und dann passiert eines. Die Farbe mischt sich von selbst im Pinsel, nicht in der Dose. Warum? Sie haben Flecken in der Haut, Sie haben ein bisschen Rötungen, Sie haben Schwankungen. Sprich, wir haben im Hautbild unterschiedliche Höhen und Tiefen. 3D-Fokus-Pigmente nennt sich das. 3D-Fokus-Pigmente gleicht jedes Hautbild ganz schnell aus. Und Sie sehen es in der Dose Beige. Das ist das Zauberwort, die Zauberformel. Weil Rötungen, Schwankungen werden mit Beige minimiert. Und Andrea, dein Finger war gerade wunderschön drinnen sichtbar. Natürlich haben Sie das auch die Möglichkeit einzeln aufzutragen. Der Helle zum Highlighten als Lidschatten zum Beispiel mal. Oder Sie sagen, jetzt Frühjahr, Sommer, ich gehe mal nur in den dunkleren Stein. Wenn Sie sagen, okay, ich möchte gar nicht groß nachdenken, gehen Sie mit dem Puderpinsel einmal drin. Und Sie sehen auch die Prägung vom Beauty-Stern. Die Qualität bleibt Ihnen erhalten. Und der Preis ist eine Sensation. Sie sparen heute 30% oder 10 Euro. Das nächste Mal werden wir den nicht so günstig anbieten können. Übrigens, der ist so ergeblich. Ich habe meinen jetzt seit 4 Monaten täglich gebraucht. Und der ist noch nicht mal ein Drittel runter. Übrigens, eine Premiere, auf die ich mich persönlich so was von gefreut habe. Und wissen Sie auch warum? Ich habe künstliche Verlängerung auf den Wimpern. Erstens mal kosten Schweine Geld. Zweitens mal, wenn die dann ausfallen, dann sind die eigenen Wimpern nämlich nicht mehr so klasse. Hätte ich gewusst, dass es so etwas gibt, also ich glaube, in Zukunft werde ich mir das sparen. Es ist eine neue, revolutionäre Technologie. Ein Y, das umgedreht sich auf der Wimper festsetzt. Die Wimper verstärkt, verlängert. Das heißt, sie werden einen Augenaufschlag bekommen, wie mit künstlichen Wimpern. Und gleichzeitig den Wimpernwachstum anregt. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Profiprodukt. Ich weiß noch, es gab vor vielen Jahren etwas mit kleinen Fasern drin. Das hat damals schon 40 Euro gekostet. Und dann hattest du die kreuz und quer stehen. Danke, Andrea. So an dem, überall. Und zwar, das waren dieses Fieberhärchen. Das mag ich gar nicht. Kontaktlinsen, Trägerfrauen, die empfindlich sind. Ganz schnell, ich zeige es Ihnen natürlich. Ein umgedrehtes Y und zwar, was passiert? Es dockt an der Wimper an. Der Finger ist symbolisch ihre Wimper. Es dockt an. Die Seiten werden verstärkt, verdichtet. Der Schwung kommt zum Tragen. Und diese ganze Länge geht alles in die Spitze. Deshalb sprach Andrea auch vom Wimpernstudio, Wimpernverlängerung auf natürliche Art. Plus Pflege. Und das war mir so wichtig, White Lash, weil nicht nur schöne, schwarze, dunkle, viele Wimpern, sondern wir haben einen hohen Pflegeanteil mit drin. Und Sie sehen, es ist wirklich extra schwarz. Und vor allem, Sie dürfen es auch gerne einmal, zweimal oder dreimal auftragen. Sie werden niemals kreuz und quer stehende Verlängerungen erleben bei den Haaren. Ja, aber das war ja bis jetzt die einzige Möglichkeit. Das hier ist eine ganz klare, definierte Verlängerung der Wimpern. Und zwar so schön auch das Volumen geben. 21,99. Dann schauen wir auf das Maxi-Volume, nämlich das Lipgloss Duo. Was Sie übrigens lieben. Zweimal das Duo, also für 24,99. Sprich gerade 12,50 Euro pro Lipgloss. Wir haben hier eine Premiere, die nicht nur einen perfekten Farbauftrag garantiert, sondern der Aufpolstern-Effekt, das sinnliche Erlebnis des Auftrags. Die Lippen werden verwöhnt, sie sehen voll aus. Es polstert Lippenfältchen auf. Und was ich spektakulär finde, wo wir bitte ganz kurz mal drauf schauen, ist dieser Spiegel. Und das ist noch nicht alles. Den lieben Sie. Das ist beleuchtet. Ist das cool oder was? Das ist doch was für uns Mädels, oder? Ja. Danke. Und zwar, warum mir war wichtig, natürlich auch mitzudenken, wenn Sie abends ausgehen. Man hat einen Spiegel oft nicht in der Tasche. Man kann nicht schnell auf die Toilette genug gehen. Sie ziehen das Ding raus, den Glas. Sie haben sofort eine Beleuchtung in der dunkelsten Stelle im Restaurant. Sie haben einen Spiegel, wo Sie sofort mitschauen können. Und Maxi Volume Lip bedeutet 60% Feuchtigkeitsspeicherung, 40% Ansteigerung des Lippenvolumens. Und wenn jemand so ein bisschen die Fältchen drumherum hat, minimiert es um 30% sogar noch. Und Mädels, das gibt eine Riesenshow. Wenn das ausgepackt wird und Sie sitzen im Restaurant und ziehen sich die Lippen nach mit Bläuch. Ich sage Ihnen, es gibt einen Riesen-Hallo. Vor allem Lipgloss, der nicht klebrig ist, der nicht diesen Honig-Effekt hat. Wo die Haare nicht drin kleben, bleiben kaum, ist man ein Hauch Luftzug. Sie haben übrigens 2 wunderschöne Farbkomponenten hier. Einmal diese pinkige Farbkomponente. Sie sehen es auch gerne mal über dem Lippenstift. Nochmal zusätzlich für Farbglanz aufgetragen. Melon Kiss und Berry Kiss ist die Frühjahrsfarbe schlechthin. Weil es wird alles fruchtig, es wird alles spritzig, locker, leicht. Sie brauchen dazu keinen Konturenstift. Es minimiert eben sogar noch die Lippenfältchen. Oft ist es ja beim Gloss die Gefahr, dass er ausschwimmt. Passiert nicht. Übrigens, ich habe mir persönlich dieses Produkt in dieser Sendung gewünscht. Es war nicht geplant. Aber ich sage Ihnen eins, der Strahlkraftbooster, das Liquid Light, für den Preis von 34,99 Euro, wird eine der besten Investitionen in Ihre Jugendlichkeit sein. Das ist für mich die Jugend in der Flasche. Wir haben allerdings nur noch 155 Möglichkeiten. Es wird nämlich gerade online sehr, sehr stark von Ihnen bestellt. Parallel gerade. Peter, es ist ein Produkt, das einzigartig auf dem Markt ist. Und glaub mir, ich habe das immer gesucht, so was. Ich liebe es. Sie zaubern sich im Nu. Eine zartseitig glänzende Haut, die nicht speckig ist. Sie nehmen ein Lifting in den Wangen im Bereich der Stirn. Sie liften hier tiefe Falten. Sie verschmellern Ihre Nase. Das ist wirklich das A und O für alle Stars, aber auch für uns normalen Frauen. Denn es ist wirklich das Licht in der Flasche sozusagen. Und merken Sie, dass Frau Lamar, die Andrea das liebt? Es war nämlich wirklich Ihr Wunsch in die Sendung, das Produkt aufzunehmen. Weil das ging heute Morgen Mittag schon so durch die Decke, dass wir gesagt haben, ganz kleiner Bestand, nur noch da. Aber dein Wunsch sei uns alle Befehl. Und Sie sehen es am Handrücken. Das ist das, wofür die Face and Beauty Perfection Linie steht. Jugendlichkeit, dieser Glanz, dieses pralle Aussehen, bioaktive Peptide sorgen dafür, wenn Sie leichte Fältchen haben, wenn die Haut großporig ist, wenn die Haut zu Trockenheitsfältchen um den Augenbereich neigt. Wenn man einfach, wie du immer sagst, Andrea, Nasolabialfalte, Zornesfalte. Jetzt werden Sie sagen, wann trage ich das auf? Sie duschen, sage ich immer, pflegen morgens. Und dann einmal drücken komplett aufs ganze Gesicht. Das ist eine Alternative. Dann werden Sie sofort feststellen, wie die Haut jugendlich wird. Wenn Sie sagen, was ich immer gerne mache, für Modenschauen, Akzente setzen, darf ich mal bei dir, Andrea. Sehr, sehr gerne. Also wir möchten ihn gerne, weil wir haben ja nicht mehr als so viele Möglichkeiten. Ich liebe dieses fantastische Produkt. Wir werden es nicht mehr ausführlich zeigen. Wir haben keine 100 Möglichkeiten mehr. Sie liften sofort die Wange. Es ist wirklich so, als ob sie so... Und da werde ich jemandem gefragt im Internet, Andrea, was ist bei deinen Celebrities? Sehen Sie, was ich da mache bei meinem Model? Dieses pralle, satte im Wangenbereich. Wenn Sie sagen, Contouring in der Nase, dass die Nase filigran wirkt. Lichtpunkte, flüssiges Licht auf die Nase. Wenn Sie zur Zornesfalte, also diese zwischen den Augenbrauen. Du meinst, wenn man so ein kleiner Wüterich ist, oder? Ja, genau. So war es richtig. Und dann sehen Sie, was sofort passiert. Die Haut kriegt einen Jugendlichkeit. Liquid Light ist, wie gesagt, das flüssige Licht. Auf die Lippe, mal als Lidschatten. Super, super schön. Sie kennen doch den Begriff Nude Make-up. Das ist immer Licht und Schatten zu bremsen quasi. Wenn hier was tiefer ist, bremsen wir das aus und geben Licht rein. Und ich sage immer, das ist so ein Zauberprodukt. Und ich habe den Rest nur auf dem Handrücken. Sie sehen ja in der Animation auch, was da gemeint ist. Das Strahlkraftbooster bedeutet nicht nur für Gesicht, für Hals, für Hände, für Dekolleté, wenn man abends weggeht. Es ist ein wunderschönes Produkt, weil es eben diese Pflegestoffe hat, die sich bioaktive Peptide nennen. Gleichen die Fältchen aus. Spenden natürlich Feuchtigkeit. Und zwar meine geliebte Seidenfeuchtigkeit. Ich liebe die Seide, weil die das 300-fache spendet und speichert sozusagen. Tocopherol, der frei radikale Killer, Anti-Aging, Hochhundert. Jojoba-Öl ist jeden wahrscheinlich bekannt. Der Schutz für die Barriere von unserer Haut. Und natürlich schützt es vor Trockenheit, umweltbedingten Einflüssen. Und wer will es nicht? Ein glattes, gestrafftes Hautbild ist jeder Wunsch von jeder Frau. Und natürlich diese Widerstandsfähigkeit, diese schmeichelnd weiche, jugendlich frische Aussehen. Vor allem auch, es ist ein Produkt, das sich nicht absetzt in den Falten. Wenn Sie nämlich sowas vielleicht auch schon mal gesucht haben, und es ist wirklich einzigartig auf dem Markt. Schauen Sie sich das gut, das war jetzt meine Katze. Da kannst du jetzt nichts dafür, mein Lieber. Aber schauen Sie mal auf dem unteren Handrücken. Das ist dieser saate, seidige Glanz. Also es sieht nicht glänzend aus, als wäre Ihre Haut nicht gepudert. Oder Sie würden mit Schweiß glänzen oder Ähnliches. Es ist wirklich dieses Lifting, diese Jugendlichkeit in der Flasche. Wir haben noch 30 Möglichkeiten, leider, leider, leider nicht mehr. Übrigens ganz, ganz fein zu dosieren und sehr ergiebig. Sie kommen mit dieser Flasche, würde ich mal sagen, im Luxusflakon mindestens 4, 5, 6, 8 Monate aus. Gerade wenn Sie es als Highlight über das fertige Make-up setzen. Probieren Sie das bitte mal aus. Kim Kardashian, Heidi Klum, alle arbeiten mit diesen Highlightern. Denn das ist wirklich das große Geheimnis. Weil man merkt, du hast es lieben gelernt. Und das wären Sie auch. Ich liebe es. Und ich bin so glücklich, weil wir können hier so viel erzählen, dass Sie draußen die Face- und Beauty-Perfektion-Linie natürlich auch so lieben und annehmen. Bei mir war immer wichtig, dass man sagt, Make-up ist heute nicht mehr geschminkt auszusehen, sondern einfach perfekt mit schnellen, einfachen Tricks. Und Sie sehen es an meinen beiden Models. Von morgens bis abends Haut rauf, Haut runter. Welche Haut macht es normalerweise mit? Das stimmt, mein Lieber. Übrigens, apropos natürlich geschminkt oder nicht geschminkt aussehen. Wir kommen jetzt zu dem Basisprodukt schlechthin von Peter Schmiedinger. Nämlich unser No-Make-up-Fluid-Foundation. Es ist ein fantastisches Make-up, das ist dank, oder nicht Make-up. Doch, du sagst das ganz toll, Andrea. Die träumende Mikro-Glas-Perlen, die einen Teint zaubern, der so perfektioniert ist, dass es unglaublich ist. Wir haben deswegen auch nur, dank der farbanpassenden Pigmente, zwei Farben, Light und Medium. Und ich kann Ihnen gerne mit dir jetzt gemeinsam mal diesen Effekt zeigen. Sie werden sowas von begeistert sein. Wenn Sie nicht wissen, welche Make-up-Farbe die richtige ist, Peter, hier müssen wir uns nur, je nach Teint, für die hellere oder dunklere Wahl entscheiden. Richtig, Andrea. Die ist ja pigmentfarbanpassend, das ist jetzt Light. Das ist schön, wie du das wieder erklärst. Warum farbanpassend? Ich sag ganz bewusst, ob Sie Light oder Medium nehmen. Sie merken, ich bin ja viel, viel, viel dunkler wie Andrea. Jetzt nehme ich mal diese Seite mit Medium und arbeite das wirklich nur mal ganz schön ein. So, randlos wird dieses Make-up in Ihre Haut aufgenommen. Lichtreflektierende Pigmente. Jetzt werden Sie sagen, ja, und was ist mit Light? Das war Light. Jetzt gehe ich mit Light drüber, was ja bei meiner Haut normalerweise viel zu hell wäre. Jetzt schauen Sie bitte noch mal ganz genau auf mein Handrücken. Die eine Seite Light, die andere Seite Medium. Diese lichttonanpassenden, mikronisierten Farbpigmente passen sich immer an. Also Sie können mit Light oder Medium gar keinen Fehler machen. Ich möchte es Ihnen auch gerne hier zeigen, hier vorne habe ich mit Medium gearbeitet, bis hier. Ach du, alles super. In dem Bereich mit Light. Sie sehen erstens mal einen nahtloser Übergang und zweitens mal, dass Sie einfach wirklich durch die anpassenden Pigmente die perfekte Farbe haben. Und ich möchte auch gleich mal zeigen, hier hat meine liebe Katze mich sehr beschmust. Ich möchte Ihnen auch mal zeigen, obwohl es auch ganz in der Nähe völlig ungeschminkt wirkt. Das heißt also, Sie niemals geschminkt würden. Sie sehen, dass auch der Kratzer komplett abgedeckt wird. Schauen Sie sich das bitte an. Und Sie müssen das ganz achtlos nur aufbringen. Aber da muss nur mein Stopp sagen. Schauen Sie mal bitte, also das ist ja, wie gesagt, live. Ich finde das immer genial. Weil dass die Katze dich gekratzt hat, das war natürlich der Fall. Aber genau das mal umgesetzt. Sie haben Rötungen in der Haut, Sie haben Näschen, ich sage immer Frauen, auch mit den roten Wangen. Einfach Hitzewallungen. Ein Tropfen aufs ganze Gesicht. Wir haben jetzt mit einem Tropfen auf dem Handrücken. Das ist natürlich zu viel. Aber Sie sehen, Sie würden zu viel draufbringen. Hier hat Andrea ja nichts. Gibt es ein Make-up, das keinen Rand verursacht? Das ist No Make-up Make-up. Das ist eine Mikronpigmentierung. Das bedeutet, kommt aus dem japanischen Markt, super, super hautverträglich. Weil die Japaner sind so phänomenal in Sachen Pflege und natürlich Pigmentierung. Die achten ja ganz stark darauf, dass Make-up die Haut nicht mehr zudeckt, atmungsaktiv ist. Und schauen Sie mal, diese Wunderwaffe, sage ich ganz bewusst, das gleicht aus, deckt ab. Und wenn Sie das selber machen, dann darf ich Ihnen mal eines zeigen. Darf ich mal schnell zum Model rüber? Aber unbedingt. Und zwar ich nehme einen Tropfen mal kurz. Und zwar jetzt gehen wir mal zur Almut. Das ist meine Almut. Und ich bin so stolz. Ich habe das heute schon den ganzen Tag gesagt. Warum eine Frau? Das ist auch super, wunderbar. Darf ich das einmal nehmen? Süß, danke, Caroline. Das ist ganz toll. Caroline, jetzt kriegst du einfach mal ein Mikro. Unabgesprochen. Aber Almut, wie fühlst du dich jetzt nach... Du bist heute das erste Mal auf der Bühne mit mir. Du bist zwar bei HSE bekannt. Wie fühlt sich deine Haut an? Wir haben das jetzt nicht abgesprochen. Nach all der Zeit, von morgens bis abends. Ich habe immer mal wieder Make-up-Sendungen auch gemacht. Oder Kosmetik-Sendungen. Ich habe jetzt so viele Schichten drauf. Sie sehen es selber. Ich habe natürlich Falten. Ich bin nicht mehr 30. Leider nicht. Sie bleiben aber nicht. Du hast die 5. Es hat sich nicht abgesetzt. Sie sehen es selber. Ich habe wirklich schon einiges drauf heute. Und das ist, finde ich, die Kunst, dass du dich ja wohlfühlst. Ich sage immer ganz bewusst, wir müssen ja wieder auf- und abschminken und wieder drauf. Jetzt sehen Sie einen Tropfen. Wenn Sie Ihr Make-up, No-Make-up, Make-up aufklopfen, ich sage das ganz bewusst immer, der Trick ist, ich reibe nicht. Ich darf das so brutal sagen wie verrückt. Warum, wissen Sie, was da passiert? Wenn ich jetzt bei der Almut reiben würde, die Äderchen, die Kapillare gehen an die Oberfläche und sofort wird sie rot. Sie nehmen Ihr Make-up morgens, mittags, wann Sie Lust haben und klopfen ein bisschen. Warum? Wenn Sie klopfen, fügen Sie der Haut Luft zu, Luft unterkühlt, lässt das Make-up ganz lange haften. Jetzt zeige ich Ihnen noch einen Trick. Meistens machen die Frauen das. Die nehmen es auf und dann geht die Reiberei hier hoch in den Haaransatz, Ohr, Kinnkante, das runterziehen. Bitte nimmer. Sie sagen Punkt in die Mitte und von der Mitte arbeiten Sie ganz simpel mit No-Make-up, Make-up. Von der Mitte nach oben und jetzt sehen Sie selber, hier oben war ich nicht, kein Rand entsteht, die Haut ist perfektioniert. Dann sagen wir, Nase. Es lässt sich aber auch so gut verteilen, dank dieser seidigen Textur lässt sich das wirklich perfekt verteilen. Übrigens, Sie haben ja heute den besonderen Aktionspreis. Also auch da werden wir nicht das nächste Mal das nochmal so präsentieren dürfen. Für 34,99 Euro nochmal 5 Euro gespart. Und ich möchte Ihnen was sagen, Sie brauchen maximal einen oder zwei Tropfen auf dieser perfekt dosierbaren Palette, oder Pipette besser gesagt, für Ihr gesamtes Gesicht. Sie kommen im Schnitt mit diesem Make-up gute 4 bis 5 Monate bei täglicher Anwendung aus. Und das Schöne ist auch, wir sehen es dann gleich am Vorher-Nachher-Bild an der Haut, sag ich mal. Sie merken, ich will ja da keinen bloßstellen. Das ist, wenn wir uns morgens treffen, wird hier immer ein Bildchen vorher geschossen und nachher. Die Frau, finde ich, sieht klasse aus, tolle Proportionen. Nur was hat jede Frau? Die Frauen haben Haaransatz, da schminkt man immer hoch. Wir wollen Braunknochen, Wangenknochen, Nasenknochen aus der Tiefe hervorheben. Dazu haben wir einen Concealer verwendet. Einen Punkt Make-up auf die Haut, somit strahlt sie, perfektioniert sie. Und Sie sehen es selber. Schauen Sie mal, wie von der Almut bitte die Haut leuchtet. Wir haben No-Make-up-Make-up drauf, aber das sieht doch nichts geschminkt aus, matt, so einfach so abgedeckt. Das ist ja das Tolle, dass wir so ungeschminkt, ich sag mal, perfektioniert aussehen. Das ist eben das, was Sie so lieben an dem No-Make-up-Fluid-Foundation in zwei Nuancen. Das heißt, auch hier stellt sich nicht mehr die quälende Frage, was haben Sie für einen Hautunterton? Ist der beige, ist er oliv- oder rosé-farbig? Denn die heutige Industrie geht drauf ein, dann hast du 35 verschiedene Nuancen. Wir kommen zu einem Mega-Highlight und da möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Seien Sie da bitte, bitte mit dabei. Es ist ein Doppelset und zwar von unserem fantastischen Concealer. Zwei in eins bedeutet für Sie bei diesem Duo, dass Sie jeweils zwei Farben bekommen. Das heißt, eine hellere und eine mittlere Variante. Warum das so perfekt ist, erzählen wir Ihnen gleich. Spektakulär ist aber, dass Sie hier zwei Stück für 29,99 Euro bekommen. Normalerweise kostet der einzeln und zu diesem Preis ist er ein Bestseller 21,99 Euro heute. Und nur heute haben Sie die Möglichkeit zum Aktionspreis für nur acht Euro mehr den zweiten Geschenk dazu zu bekommen. Das ist Ihr Jahresvorrat. Peter, du kommst erst in einem Monat wieder. Ich kann Ihnen nur sagen, bitte nutzen Sie diese Gelegenheit. Das werden wir beim nächsten Mal zu diesem Preis nicht anbieten können. Es gibt nichts Zeitigeres, Besseres, Schöneres, um abzudecken, um zu perfektionieren, als dein Two-in-One-Concealer. Ich finde ihn einfach perfekt. Und er setzt sich niemals in den Falten ab. Und das Entscheidende ist, wo Sie sicherlich jetzt sagen, Concealer ist immer so eine Schwierigkeit, wenn ich den unters Auge auftrage. Ich dachte nämlich, Almut schwärmt gleich von diesem Produkt, weil sie zu mir gesagt hat, Peter, bin ich die Richtige? Ich bin natürlich schon über 50. Und der Punkt ist, ich habe einfach eine beanspruchte Augenpartie, so dünne Trockenheitsfältchen. Und wir sind ja heute Morgen schon seit 10 Uhr zusammen. Und wissen Sie, der Part ist, braunen Knochen, Wangenknochen, Nasenknochen, das sind immer die Fokuse, die Elemente, wo das Auge in die Tiefe gehen. Dieser Aufheller hat mimetische Pigmente. Was das bedeutet, ist ein Pigment, das sich mitbewegt. Sehen Sie, was ich symbolisch mache? Das Pigment bewegt sich mit. Wenn Sie Mimik machen, Augen auf, zu Mimik, geht das Produkt mit. Also es setzt sich nichts mehr ab. Und das ist wirklich für den Augenbereich, mir als Make-up-Artist, als Visagist, als Face-Designer, mitunter das Aller, Allerwichtigste. Weil wenn hier zu viel Puder drunter kommt, hier zu viel Concealer, sieht die Frau älter aus. Und das wünsche ich keiner. Wir wollen jünger ausschauen, frischer. Und das Großartige sind diese beiden Farben. Der Light-Ton, wenn Sie zum Beispiel dunkle Stellen abdecken möchten unter den Augen. Wenn Sie Augenringe haben, blaue Schatten unter den Augen. Der Hautton ist perfekt, wenn Sie zum Beispiel auch sagen, Sie möchten eben nur eine leichte Abdeckung nochmal im Bereich zum Beispiel der Nasenflügel oder eben im Hautton. Peter, ich finde es einfach so toll, dass du diese zwei Farben für uns zusammengepackt hast, quasi in ein Paket. Vor allem auch hier muss ich nochmal sagen, dank der seidigen, perfekten Textur, unglaublich sparsam in der Anwendung. Und ich übertreibe nicht. Ich schminke mich jeden Tag. Ich habe jeden Tag deinen Concealer benutzt. Ich bin mit dem ersten viereinhalb Monate ausgekommen, mit dem zweiten sogar fünf Monate. Und warum? Weil es einfach sparsamer ist, Andrea. Und du sprichst was Schönes an. Ich sage immer, wenn es schnell gehen muss. Sie sehen selber Augenringmuskel. Normalerweise hier kommt Schlupflitz, Auge macht zu. Wir durchtrennen das mit dem Leitton. Ich gehe hier hinten hoch Richtung Schläfe. Wenn Sie hier hochziehen, ist es wie ein optisches Lifting. Dies ganze Bereich, dieser Bereich, schauen Sie mal den an. Der kippt ab und der Augenringmuskel zieht hoch. Das Auge hat einen Knochen, 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 Braunknochen, Wangenknochen, Nasenknochen. Unabhängig vom Alter stürzt das Auge in die Tiefe. Sie setzen mit dem ganz weichen Applikator. Ich gehe noch mal drüber. Normalerweise fatal, weil einfach zu viel drauf wäre. Sieben aktive Anti-Aging-Wirkstoffe sind drin. Was natürlich nicht nur optisch aufhält. Sie sehen es sofort. Sondern auch minimiert. Die Fältchen werden minimiert. Wenn Sie sagen, Nasolabial. Warum heißt die Nasolabial? Weil sie von der Nase nach unten einen Schatten zieht. Die Mundwinkel hängen lässt. Jetzt, wenn Sie eines machen mit dem ganz sanften Applikator um den Mund. Wo Fältchen oftmals sind. Kleiner Mund. Und unsymmetrisch. Dann haben Sie folgendes gemacht. Mimik ist immer Mund und Auge. Mit dem Aufheller. Licht um den Mund. Licht ums Auge. Schatten, Licht, Schatten, Licht, Schatten. Was passiert, wenn wir einen Step runter schauen ans Dekolleté? Superschöne Kameraeinstellung. Danke an der Stelle. Weil was sehen wir bei der Almut? Hier ist sie doch viel, viel heller. Hier ist sie wieder dunkler. Jede Frau hat hell und dunkel in der Haut. Sie sehen es, hier ist sie dunkler. Hier wird sie heller. Wenn wir jetzt noch mal schnell ins Gesicht hochwandern, werden Sie feststellen. Genau das Gleiche haben wir hier gemacht. Heller um den Mund. Der Mund wirkt größer, glatter. Haut hat mehr Tönung. Auge, wo es tiefer war, haben wir mit dem Concealer aufgehellt. Wenn Sie sagen, wir haben kein Make-up, dann haben Sie mal die Möglichkeit, mit der Medium-Farbe Rötungen mal auszugleichen. Zum Beispiel, wenn die Nase durchglänzt. Wenn Sie sagen, zum Auffrischen während des Tages. Weil das haben Sie dann vielleicht auch mit Ihrem Perfect Puder zusammen in Ihrem kleinen Kosmetiktäschchen. Und ich kann Ihnen sagen, weil meistens nehmen wir Frauen ja das Make-up nicht mit. Das ist so perfekt zum Auffrischen zwischendurch. Gerade eben, du sagst, es ist um die Nasenflügel rum. Die helle Variante auch wieder kurz auf den Nasenrücken tupfen. Damit können Sie jede Nase zart und schlank schminken. Schauen Sie sich die vorher-nachher-Bildern. Sehr wahnsinnig. Ganz wichtig ist, wirklich schauen Sie mal, Almut hat wirklich auch relativ starke Augenringe. Das sind viele Frauen betroffen, weil auch im Laufe der Zeit ja die Augenhaut immer dünner wird. Das heißt, die Adern unten drunter schimmern durch. Sehr schön. Hier wirklich auch gleichzeitig die trockene Haut wird mit Himbeeröl gepflegt. Mit Dattel-Extrakt, mit Vitamin E, mit radikale Pfänger. Das heißt also, eine nicht austrocknende, sich nicht absetzende, sondern pflegende und wirklich mit der Mimik mitgehendes abdecken. Ein Concealer für die Haut, der mich so begeistert, weil er auch für den gesamten Gesichtsbereich so geschmeidig und gleichzeitig aber so gut deckend ist und trotzdem nicht entdeckbar. Also es ist nicht sichtbar. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Sie merken es ja selber. Andrea ist da auch so begeistert, weil du bist einfach auch so ein Schminkprofi. Du weißt, was gut ist und das ist jetzt nicht Fishing for Compliments, sondern was mir ganz, ganz wichtig ist, dass wirklich eine Frau das Gefühl mehr erlebt, Make-up ist was anderes. Make-up ist dein Freund, das möchte ich sagen. Das ist schön gesagt. Make-up ist dein, ja, dieses Maske. Wie gehe ich damit um? Und du machst wirklich Make-up zu unseren Freunden, weil es ist so leicht in der Anwendung. Und ich weiß, dass viele von Ihnen Respekt vorm Schminken haben und sagen, bevor ich dann hinterher bekloppt ausschaue, lasse ich es lieber sein. Ich kann Ihnen sagen, mit den Produkten von Peter Schmiedinger angefangen, mit der No-Make-up Fluid Foundation, mit unserem Concealer, auch die ganz natürlichen unter Ihnen. Wir haben immer ein paar Fleckchen in der Haut, wo wir sagen, die würde ich mal ganz gerne ein bisschen perfektionieren. Unter der Haut ein bisschen einklopfen, unterm Auge, in dem Bereich, wo die Fältchen sind. Ich verspreche Ihnen, es werden Ihnen Menschen Komplimente machen und trotzdem sehen Sie niemals stark geschminkt aus oder überschminkt aus. Das ist sehr schön gesagt. Und Sie sehen es auch bei der Janina. Janina haben wir ja auch schon ein bisschen vorbereitet, dass Sie immer so einen Sofort-Effekt haben. Was passiert eigentlich mit No-Make-up? Was passiert mit dem Concealer? Sie merken es, brauen Knochen, wangen Knochen, Nasen Knochen. Das hat immer nichts mit Alter zu tun. Vorne dieser Eye-Catcher mit dem Applikator Lichtpunkte setzen. Je weiter Sie runterziehen. Sie sehen, wenn ich optisch wie ein Lichtdreieck setze, also weit runter, dann kriegt Ihr Gesicht mehr Kontur. Jetzt kitzelt es wieder. Wenn Sie ein Schlupflig haben, einfach diesen Winkel öffnen. Diesen Winkel einpünktchen. Und Sie sehen es, das ist so eine leichte Anti-Aging-Wirkstoff-Formel. Wenn ich da hochziehe, flutscht sofort das Schöne von der Seite. Super, vielen, vielen Dank. Ja, schauen Sie mal, sehen Sie, wie das geliftet wird? Ja, weil es ein optischer Trick ist. Unglaublich. Hier ist eine Schläfe sozusagen eine Dulle. Jetzt viele gehen mit den Rouge hoch. Viele gehen zu weit mit den Lidschatten raus. Nein, Sie nehmen Ihren Concealer und strecken und liften bitte das Auge zur Schläfe hoch. Das ist der Trick, wenn ich Beauty-Make-Ups mache. Und wenn wir Damen sagen, ach Peter, was ist denn jetzt passiert? Das ist ja wie geliftet. Schauen Sie mal die tolle Einstellung von der Kamera an. Also da mal wirklich ein ganz großes Lob an unser tolles Kamerateam. Weil dann haben Sie zu Hause sofort einen Eindruck, was passiert mit dem Auge. Knochen, Knochen, Knochen. Aufheller hebt das Auge an, liftet das Auge hoch. Also was kann man mehr machen, ohne ein Auge zu schminken? Peter, ich muss es noch mal sagen. Du kommst erst in einem Monat wieder. Das ist die letzte Live-Präsentation für das Duo. Für 29,99. Zwei Concealer zum Preis von 29,99. Einzelpreis knapp 22 Euro. Für nur 8 Euro mehr bekommen Sie hier den zweiten dazu. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden ihn lieben. Sie werden genauso begeistert sein wie wir. 377-948 ist die Bestellnummer. Bitte denken Sie mir hier wirklich daran, den unbedingt mitzubestellen. Und jetzt kommen wir zum Perfekter Face Powder. Ein Aktionspreis, bei dem Sie sich bevorraten müssen, wenn Sie sagen, meiner ist erst halb aufgebraucht. Für 22,99. Wenn Sie ihn noch nicht kennen, Sie zahlen heute 10 Euro weniger. Sie sparen 30 Prozent. Ich denke nicht, dass wir Ihnen das nächste Mal so günstig anbieten können. Sie wissen, wir haben immer mal ab und zu Produkte zum besonderen Preis. Und deswegen lade ich Sie auch ein, lernen Sie uns kennen. Wir sind zum fünften Mal jetzt wieder bei HSE ausgezeichnet worden für unseren fantastischen Kundenservice. Also Sie rufen kostenfrei an. Es kommt binnen weniger Tage zu Ihnen nach Hause. Und Sie dürfen es 30 Tage lang testen. Peter, erstens mal, die Farbe ist perfekt für jeden Hauttyp. Und dank dieser Dreifarbigkeit haben wir ja auch Spielraum für das Konturieren. Und das finde ich so schön. Konturierung ist ja das große Thema. Sie wissen es, Kim Kardashian und so weiter. Es geht durch alle Blockerszenen, in allen Zeitschriften. Ich sage immer ganz bewusst, einfach halten. Die Frau zu Hause, die mag nicht konturieren, die will aber ein perfekt schönes, ebenmäßiges Hautbild. Sie haben den abgeschrägten Kabuki-Pinsel. Wir werden es auch noch präsentieren. Achso, ja, zeige ich Ihnen nachher gleich noch. Sie gehen in die Dose, drehen ganz simpel drinnen rum. Sie sehen an der Qualität, ich gehe mit einem super weichen Pinsel. Ich mag immer nicht diese harten kleinen stupseligen Pinsel, weil die alles kaputt machen. Und die Haare, wie blöd. Und das. Aber ich gehe erst mal rein und daran sehen Sie, Andrea sagt es immer, doppelt gebacken. Da vermischt sich nichts. Und jetzt haben Sie die drei Farben im Pinsel. So, und was passiert mit dieser 3D Soft-Focus-Pigmentierung? Sie gehen, darf ich gerade mal an? Sehr gerne. Du stehst gerade so schön bei mir. Sie gehen an die Innenfläche und drehen den Pinsel. Das ist mir wichtig. Also immer mit dem Pinsel einarbeiten. Das ist schön. Unterschleifen. Unterschleifen. Das ist ja wie ein Schmetterlingskuss. Ach, meiste, süß Schmetterlingskuss. Was ich mache, ist folgendes. Ich mache nicht das, dieses Aufpatschen. Weil was passiert, wenn ich aufpatsche mit dem Puder, dann kranken Sie an den trockenen Farbfleck. Wenn Sie Hyaluron und Seide an die Haut aufdrücken, unterschleifen, dann zieht der drüber. Wenn Sie morgens, mittags gearbeitet haben, abends nur perfekt aussehen wollen, keine Zeit fürs Abschminken, mit der Hyaluron-Seide, das ist der Puder, drüber das Make-up auffrischen. Wenn Konturen unsauber sind, einfach nochmal übers Rouge. Wenn Sie merken, mit dem hellen Ton, das darf ich Ihnen auch kurz zeigen, mit der hellen Kontur, Sie haben ja oben einen hellen Ton, gehe ich mit der flachen Seite rein und sage zum Beispiel, Andrea, danke dir, hier hinten wäre was abgerutscht. Dann hebe ich nochmal hinten, in dem Bereich, wo der Concealer ist, hebe ich nochmal das Auge hoch und schauen Sie mal, wie sofort hier das Licht perfekt das Auge hochandert. Wenn Sie sagen, meine Nase braucht ein bisschen mehr Licht, auf den, oh ja, das sieht man auch schön, auf den Nasenrücken, mehr Licht, du schnappst gleich nach dem Kind, Spaß muss sein, aber Sie merken, Sie haben eine Soft-Focus-Pigmentierung, gleich die Haut aus, Beige-Töne werden Sie bei mir nur in der Linie finden, sei es beim Bronzing-Powder, der heute Mittag im Thema war, wo nicht so rot, 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 auch hier bei Beige ist die Kunst immer wieder. Also die Zeiten, wo man zum Beispiel die Komplementärfarben nimmt, grün und zum Beispiel gelb, die sind vorbei, früher hat man mit Gelb versucht, Blautöne, sprich Augenringe abzudecken oder Rötungen mit grün. Wenn natürlich in der 60. Reihe der Tenor-Sopranistin stand und die war rot, dann hat man zuerst mal mit Controlling Green, also dieses Grün ausgeglichen, ist dann mit Camouflage drauf, hat dann stark fixiert mit dem Puder, aber das ist so old-fashioned. Welche Frau will heute ein schweres Make-up? Ein Tropfen, ein bisschen Seidenhyaluron-Puder drüber und den ganzen Tag ist die Haut perfektioniert. Und weißt du, was ich so wichtig finde? Hier ist nicht so ein, ich sag mal, sich aufstocken gegenseitig. Also es gibt auch Puder und das werden Sie vielleicht erlebt haben, wenn Sie zum Beispiel eine stark glänzende T-Zone haben, die Sie mehrfach am Tag mal nachpudern möchten, damit die eben nicht so glänzt. Das hat sich richtig sozusagen schichtweise aufgebildet. Das heißt, irgendwann haben wir das Gefühl gehabt, man kann so, ne, das wirklich aus dem Gesicht schlagen im Grunde genommen. Das ist so eine seidig leichte Textur, dass egal, ob Sie sich fünfmal, zehnmal, zwanzigmal am Tag die Nase beziehungsweise auch die Stirn nochmal abpudern oder hier diesen Bereich. Es ist niemals so ein, ich sag mal, aufeinander aufstocken von diesen verschiedenen Schichten, sondern es bleibt wirklich immer seidig fein und perfekt und mattiert dabei aber trotzdem sehr schön. Und du sagst wieder das Schöne, was wirklich drin ist, Sie haben es gehört von der Andrea, seidig. Es ist Seide drinnen, Sie kennen es von meinen Produkten, Seide spendet die Feuchtigkeit, bindet die Feuchtigkeit. Und nochmal gar nicht groß überlegen, Sie wandern mit Ihrem Pinsel in die Dose, nehmen die 3D-Soft-Fokus-Pigmentierung auf, drücken den Pinsel an die Haut, an die Haut, unterschleifen mit dem Reise-Kabuki-Pinsel, setzen Sie auf die Nase, unterschleifen von der Innenpartie, unterschleifen von der Kinnpartie, unterschleifen, ich sag immer bewusst unterschleifen. Warum? Wenn man mal schnell merkt, ach Gott, ich hab ein bisschen unsauber geschminkt, kann ja mal passieren, zu viel Rusch, zu viel Make-up. Und Sie drehen den Pinsel zur Haut, dann nimmt es die Übergänge sofort weg, die Haut wird perfektioniert, egalisiert. Und durch den Beige-Anteil werden Sie immer feststellen, es ist nie zu viel. Mit dem Hell kann ich mit diesem Puder, einmal bitte nochmal nach oben, danke dir, kann ich unterm Auge arbeiten. Und Sie sehen bei der Almut, da bin ich ja immer stolz, ich will hier keine 20-Jährige am Stuhl haben. Wenn wir das hier haben, diese Mimik-Fältchen, das kann man ruhig ganz nah zeigen, da bin ich sogar stolz drauf, dass ich mal so ein Mädchen habe, so eine Frau. Und Sie gehen mit, wir sind mit einem Concealer, das haben Sie live erlebt, x-mal drauf, von morgens bis abends. Und jetzt gehe ich sogar nochmal mit dem Puder drauf. Das ist für mich ganz ehrlich Qualität, wo ich mit meinem Namen dafür bürge. Da schiebt sich nichts zusammen, das ist Ihre Mimik, aber Sie sehen, die Haut hat einfach diesen optisch aufhellenden Effekt. Sie ist egalisiert, sie ist perfektioniert, sie ist auch durchfeuchtet. Ich kann an die Haut gehen, da ist kein Batzen drauf, zu viel, wo ich immer sage, wo sie doch oftmals unten drunter alles abschiebt. Also ich muss vor allem auch wirklich sagen, es ist immer der richtige Ton. Das heißt, Sie können ja auch gezielt, wenn Sie ja über die verschiedenen Jahreszeiten unterschiedliche Hauttöne haben, also im Sommer sind Sie ja meistens ein bisschen dunkler, dann gehen Sie gerne auch mit dem Kabuki-Pinsel, den haben wir für Sie unten eingeblendet, für 19,99 Euro. Der ist übrigens so praktisch, weil er ja in dieser Hülse kommt und in der Tasche gut mitzunehmen ist, das heißt also auch nichts vollstaubt. Wir haben hier ja auch die dunkleren Töne. Sie können zum Beispiel auch gezielt mit dem Pinsel in die dunkleren Farbnuancen hineingehen und sagen, so im Sommer brauche ich jetzt diesen Farbton, in der Übergangszeit diesen. Oder wie Peter schon sagt, einfach wirklich einmal hier im Kreis drehen und im Gesicht verteilen. Denn was ich so großartig finde, ist wirklich auch die Konsistenz. Ich habe wirklich auch viel mit Pudern immer in meinem Leben gearbeitet. Meine Mama ist ja Südamerikanerin, auch sehr eitel. Ich habe immer am Abend gedacht, Mensch, das setzt sich überall ab, selbst wenn man jünger war, also wo man vielleicht ein bisschen weniger Falten hatte. Das ist so eine großartige Konsistenz. Und da merken Sie einfach das Profiprodukt, da merken Sie das Luxusprodukt. Aber es muss kein Luxuspreis sein. Für 22,99 Euro kann ich Ihnen sagen, gehen Sie heute mal in eine normale Drogerie. Da haben Sie, ich sage mal, die günstigen Marken, da kosten guter Puder schon 16, 17, 18 Euro. Wir müssen auf das Shoppingangebot schauen, nämlich mit 19,99 Euro. Diesen Pinsel darf ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Es ist eine Premiere. Sie sparen hier 20 Prozent, nämlich statt 24,99 Euro 19,99 Euro. Der Pinsel ist eine traumhafte Qualität. Und ich sage Ihnen eins, bitte fangen Sie nicht mit den 5-Euro-Pinseln aus dem Drogeriemarkt an. Sie ärgern sich schwarz. Haare im Gesicht, Haare im Puder, Haare im Make-up. Ja, oder? Dann musst du ihn alle 5 Minuten auswaschen, dann sieht er aus wie ein struppiger Hund. Na, dreimal auswaschen und den schmeißen Sie dann weg. Und dann gehen Sie wieder hin und kaufen sich den nächsten. Ich sage, billig ist teuer. Einmal einen wertvollen Pinsel zu einem tollen Preis gekauft. Und der leistet Ihnen jahrelang die besten Dienste. Du bist so ehrlich, das finde ich so süß. Wissen Sie, warum? Es gibt Plastikhaare. Das ist klar, wo Andrea gerade davon spricht. Und Sie haben eine Zwinge. Egal in welchem Pinsel-Set, jetzt im Tabuki-Pinsel auch. Sie sehen hier unten erst mal verschiebbar, sage ich mal. Warum? Sofort geht er in eine Schutzhülle. Drauf kommt der Deckel. Genau, man sieht es bei der Andrea. Dankeschön. Also dieser Deckel. Und Sie sehen, da habe ich extra was bauen lassen. Weil oft ist doch der Deckel irgendwo, aber nimmer drauf. Und jetzt sehen Sie mal, der hält. Also das ist wirklich, wo ich sage, abziehen, sagt kommt der Pinsel. Und jetzt schauen Sie mal, wie der Pinsel bitte rauskommt. Wir haben heute den ganzen Tag mit diesem Teil geschminkt. Was bedeutet eine Taclon-Nylonfaser? Das ist die dünnste, edelste Mikron. Mikron ist dünner wie 0,0001 Millimeter. Das ist diese Taclonfaser. Und das bedeutet, sie ist antibakteriell. Also aus ethischen Gründen, klar, habe ich auf Tierhaar verzichtet. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich der. Eine Taclon-Nylonfaser, bei allen Pinsel-Sets von mir, können sie feucht und trocken auftragen. Was passiert, wenn ihr hier diese Faser mit Druck, jetzt schauen Sie mal, jetzt gehe ich mal ganz brutal auf das Pinselhaar drauf. Was passiert einmal drüber, schauen Sie, wie der sich aufstellt. Die Zwinge habe ich angesprochen, was passiert? Das Pinselhaar ist in der Zwinge rund gebunden, wenn ich von der Seite, wenn ich von der Seite drüber gehe. Das ist für mich Qualität. Wie reinigen, einfacher als jedes Echthaar. Ich sage immer so ein Scherzer, wenn Sie gerade Zeit haben in der Dusche, nehmen Sie den Freund mit in der Dusche. Nicht, dass jemand eifersüchtig wird. Man sagt, Schatz, du gehst immer mit dem Pinsel duschen, was läuft da? Na, also einfach auf meinem Handwaschbecken, einfach ein bisschen auf dem Handrücken mit Flüssigseite. Lass mich doch bei der Dusche. Ich kann vor allem nur sagen, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer von uns reinigt seinen Pinsel jeden Tag? Es gibt Pinsel, zum Beispiel aus Tierhaar, Marderhaar, die muss man aus bakteriellen Gründen jeden Tag reinigen. Diesen hier nicht, denn der ist antibakteriell. Das heißt also, gerade so ein Taschenpinsel, den reinigen wir vielleicht alle zwei Wochen. Ist doch auch klar, Andrea, man muss ja wirklich sagen, Hand aufs Herz, welche Frau wäscht den Pinsel täglich? Wir als Profi-Visagisten haben natürlich bei einer Modenschau zwölf Models im Anschluss. Das ist klar, aber zig Pinsel auch. Was mache ich mit dem Kabuki-Pinsel in der Tackle- und Nylonfaser, gehe mit sogar mit dem Alkoholtuch drüber und perfekt sauber ist der und ich konnte sofort nachschminken. Wir dürfen kurz auf unser weiteres Shopping-Angebot schauen. Wir sind gerade bei Sexy, also weiter geht's. Wir sind gerade bei Sexy, die Spaghetti-Leicht-Tops, und zwar das Zweierpack-Stützfaktor 1, perfekt, auch zur nächtlichen Unterstützung der Büste. Für 34,99 haben wir hier die leichteste Stützkraft, ist übrigens einer ihrer absoluten Top-Favoriten und ist auch eine tolle Möglichkeit, mal uns, HSE24, unsere Qualität und natürlich auch Schlangstütz kennenzulernen. Probieren Sie es aus. Selbst unsere Unterwäsche dürfen Sie 30 Tage lang testen. Sollten Sie die zurückschicken für 34,99, glaube ich es allerdings nicht, sind nämlich gerade mal 17,50 Euro pro Top, dann werden die natürlich aussortiert. Ganz klar, Sie bekommen ja hier mal nagelneue Produkte und bleiben Sie unbedingt dran, denn gleich nach der kleinen Programmvorschau kommt eine absolute Sensation, nämlich eine ganz neue Premiere, ein Mascara, der garantiert auch die feinsten und kürzesten Wimpern verlängert und verdichtet. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Angesagte Designs und fortschrittliche Technik machen diese Geräte so beliebt. Erleben Sie moderne Haushaltsgeräte. Unser Angebot des Tages ist die Prep & Cook Küchenmaschine von Krups. Mit dieser Küchenmaschine erhalten Sie eine ganze Küche in einem Gerät. Sie schneidet, mixt und kocht sogar. Das Angebot des Tages. Heute ab 23 Uhr. Nikola Sauter. Die Ernährungsberaterin und Heilpraktikerin präsentiert Ihnen vegane Nahrungsergänzungen aus natürlichen Rohstoffen, die Ihr Wohlbefinden ins Gleichgewicht bringt. Nikola Sauter. Nahrung bewusst ergänzen. Morgen. Wir freuen uns auf die ersten schönen Tage des Jahres. Lässige Designs. Frische Farben. Jetzt bei HSE24. Unvergänglich, luxuriös und exklusiv. Erleben Sie die kühle Sinnlichkeit von Diamanten und Gold. Wir haben mit Diamond Collection eine funkelnde Auswahl für Sie. In klassischen bis opulenten Designs. Entdecken Sie brillante Begleiter in der Diamond Collection Diamanten in Gold. Ich sage Ihnen jetzt eins. Immer weniger Wimpern. Es wird immer schwieriger und es kostet nicht ganz wenig Geld. Außerdem muss man auch die Zeit aufbringen. Hätte ich gewusst, dass es so etwas gibt, dann darf ich Ihnen wirklich sagen, ich glaube, in Zukunft werde ich mir das sparen. Sie haben hier eine Premiere, die unglaublich ist. Und viele von Ihnen werden sich vielleicht an einen goldenen, sehr schmalen Mascara erinnern, den es schon seit ungefähr 20 Jahren gibt. Mit so kleinen Härchen drin. Der hat damals schon 40 D-Mark und jetzt mittlerweile kostet er 39 Euro gekostet. Für 21,99 bekommen Sie den perfekten Mascara. Verlängerung, Verdichtung von den auch selbst feinsten und ich sage mal dünnsten Wimpern. Natürlich, wenn Sie schöner, Ihre Wimpern sind, umso besser werden die verlängert. Die neue Y-Technologie lagert sich so an der Wimper an und das wirst du gleich erklären, Peter, dass es wirklich eine Verlängerung, eine Verdichtung gibt, die unglaublich ist. Aber gleichzeitig werden Ihre Wimpern gepflegt, dank White Lash. Und ich finde dieses Produkt so großartig. Ich habe es unten schon an den Wimpern ausprobiert. Vor allem früher standen die so, so in der Gegend rum, so sah das dann aus. Und ich habe auch so, nee, es ist jetzt natürlich lustig dargestellt. Aber ernsthaft, kreuz und quer. Als ich vor 25 Jahren gelernt habe, da war genau diese Mascara super, super in. Man hat diese Fiberlash, das waren Einzelhärchen, die hast du aufgeklebt. Katastrophe für Kontaktlinsen oder sensible Augen. Was ich zu meiner Herstellerin in Italien gesagt habe, es muss doch eine Möglichkeit geben. Das war meine Idee, ein Y zu kreieren, ein umgedrehtes. Sie sehen es jetzt, wir arbeiten jetzt beide für Sie. Und zwar ein Y umgedreht. Was passiert? Es dockt an Ihrer Wimper an. Was macht es von beiden Seiten? Volumen, Stärke. Was macht es von der Seite? Schwung. Hier dockt Ihre Wimper an. Und was passiert hier? Also in der Spitze quasi. Das heißt, Verlängerung pur. 3D nennt man das auch. 3D-optisches Verlängerungsverfahren. Es dockt von beiden Seiten an. Bringt Dichte, bringt Schwung, bringt Länge. Und deshalb wollte ich die Mascara auch in einem weißen Packaging, weil es wirklich was Jungfräuliches ist. Ich wollte dieses Weiß mit dem rosé-goldenen Beauty-Stern aus meiner Linie für Sie bewusst kreieren, dass Sie merken, die Weiße ist etwas Besonderes. Wir haben White Lash-Effekt drinnen. Also nicht nur Schwung, Länge und Verdichtung, sondern eben auch ganz stark die Pflege. Ich achte bei all meinen Produkten, vom Gloss bis zum Make-up, bis zur Mascara, wo wir jetzt gerade sind, immer bei Ihnen auf Pflege. Weil ich sage, schwarz kann jeder die Wimpern machen, das ist nicht die Kunst. Dreimal draufgetuscht, irgendwann hängt die Wimper auf Halbmast. Wichtig ist, durch dieses Y-Verfahren behält sie den ganzen Tag den Schwung. White Lash pflegt. Und ich würde sagen, ich gehe doch einfach mal rüber. Lasst uns gleich rübergehen. Wir möchten Ihnen das wirklich, wirklich live zeigen. Ich kann Ihnen echt nur sagen, das ist so großartig. Und wir dürfen es auch gleich mal bei unserer wunderbaren Janina zeigen. Janina, da dürfen wir uns jetzt sofort auch mal diesen Schwung zeigen. Tusch los, mein Lieber. Ja, und zwar Sie sind jetzt nah dran. Sie sehen sie vorher, Janina. Und jetzt ist ein Tipp und Trick immer. Die Bürste bitte nah an die Wimpern ranführen. Was zu bedeuten hat an den Ansatz. Der Tipp und Trick ist immer, die meisten Frauen tuschen immer zack, 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 zack in der Mitte hoch. Die Wimpern spitzen werden schwer und hängen. Einmal nochmal nach unten, Janina, danke. Sie merken, ich führe diese wunderschön weiche Bürste ganz nah an den Wimpern an. Ganz nah an den Wimpernansatz. Und jetzt kommt der Trick. Mit der Spitze gehen Sie in die letzten Wimpern zur Schläfe. Heben die letzten Wimpern richtig schön hoch. Und jetzt schauen Sie sich den Effekt bitte an. Und ich darf Janina mal zur Seite drehen. Jetzt schauen Sie sich bitte diesen Schwung in der... Sehen Sie das? Sehen Sie diesen Schwung? Sehen Sie, wie die nach oben gehen? Sie sehen ja das andere auch hier auf der Seite. Janina hat er gerade gerade Wimpern. Das ist jetzt das erste Mal tuschen. Die sind verlängert. Kein Kreuz und Querstehen. Für 21,99 sage ich Ihnen, probieren Sie den bitte aus. Probieren Sie den aus. Gleichzeitig werden die Wimpern nicht nur verlängert, sondern auch gepflegt. Und Volumen schenkt er Ihnen natürlich auch. Peter, wir müssen... Ja, wir müssen... Wir müssen wiederholen uns... ...